In unseren Nachrichten informieren wir Sie über die Zuweisung von Fördermitteln an die Ortsgemeinden, die Sperrung der Landesstraße 382 nach Schneckenhausen, die Alte Welt Schlemmerwanderung und die Ausweisung von Sanierungsgebieten. In der Wissenschaftsrubik gehen wir auf die Dekarbonisierung von schweren Arbeitsmaschinen oder auch Lkw ein. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Erste Fördermittel für Ortsgemeinden Im letzten Jahr hat die Verbandsgemeinde für verschiedene Ortsgemeinden Fördergelder beim Land Rheinland-Pfalz beantragt. Mehlbach erhält 60.000 Euro für die Sanierung der historischen Glocke. Heiligen Moschel erhält 75.000 Euro für die Sanierung der Friedhofsmauer. Niederkirchen erhält für den Ortstal Wörsbach zur Neugestaltung des Dorfplatzes 80.000 Euro. Sperrung der Landesstraße 382 Der Landesbetrieb Mobilität hatte angekündigt, dass in diesem Jahr der Streckenabschnitt der Landesstraße zwischen Otterberg und Schneckenhausen saniert wird. Die Planungen dazu laufen. Mit der Sperrung ist frühestens im August 2022 zu rechnen. Alte Welt Schlemmerwanderung Am 19. Juni ab 10 Uhr findet die Alte Welt Schlemmerwanderung in Niederkirchen, Ortsteil Heimkirchen statt. Wie in den letzten Jahren vor der Pandemie bieten wieder viele Vereine und Organisationen an verschiedenen Stationen tolle Speisen zum Schlemmern an. Erstmals ist auch die Sonnenuhr in die Schlemmerwanderung mit einbezogen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Premiere Freilichtbühne Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder die Saison auf der Freilichtbühne mit dem Stück Das Sams eröffnen durfte. Nach zwei Jahren Zwangspausen haben die Schauspieler mit viel Spielfreude das Stück unter großer Begeisterung der Kinder und Erwachsenen aufgeführt. Zusätzlich startet das Erwachsenenstück die 80er Jahre Show. Ich kann nur jedem empfehlen die Stücke zu besuchen. Ihr werdet begeistert sein. Bester Ausbildungsbetrieb Die Imkerei von Jan Dirk Bunsen wurde kürzlich als bester Ausbildungsbetrieb in Rheinland-Pfalz von der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet. Diese Berufsimkerei auf dem Hodderhof ist der größte Betrieb in Rheinland-Pfalz. Die Biedenvölker des Betriebes findet man nicht nur in der gesamten Pfalz, sondern auch in Frankreich für Lindenblütenhonig oder auch im Schwarzwald für Wald- und Tannenhonig und im Saarland. Wir gratulieren herzlich zu dem Erfolg und sind stolz, einen so erfolgreichen Betrieb bei uns zu haben, der unsere Region mit einem gesunden und nachhaltigen Lebensmittel versorgt. Ausweisung von Sanierungsgebieten Für die Ortsgemeinden liegen nun die Beschlussvorlagen für Satzungen zur Ausweisung von Sanierungsgebieten vor. Die ersten Ortsgemeinden, wie zum Beispiel Frankelbach, haben dazu nun den Satzungsbeschluss getroffen. Wenn Sie innerhalb des Sanierungsgebietes Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Ihrem Gebäude planen, stehen Ihnen die Möglichkeit der steuerlichen erhöhten Abschreibung zur Verfügung. Wie kommen Sie nun in den Genuss dieser steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten? Erstens, teilen Sie der Verbandsgemeinde vor Maßnahmenbeginn Ihr geplantes Vorhaben mit. Zweitens, der Sanierungsberater erörtert mit Ihnen das Vorhaben und prüft, ob die Ziele der Sanierung eingehalten werden und die prinzipielle Bescheidigungsfähigkeit der Maßnahme vorliegt. Zweitens, auf Grundlage eines abgestimmten Entwurfs und einer Kostenschätzung wird eine Modernisierungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde abgeschlossen. Viertens, ganz wichtig, erst danach darf mit der Maßnahme begonnen werden. Fünftens, nach Fertigstellung und Prüfung der Baumaßnahme erfolgt die steuerliche Bescheinigung durch die Ortsgemeinde zur Vorlage beim zuständigen Finanzamt. Hier noch unsere Wissenschaftsrubrik. Dekarbonisierung des Schwerlasttransports bzw. von Agrarfahrzeugen. Das US-Startup-Unternehmen Emuji hat es geschafft, gleich zwei Probleme mit einer Klappe zu schlagen. So ist es jüngst gelungen, einen Traktor von John Deere umweltschonend umzurüsten. Der Traktor fährt in Zukunft mit Gülle. Genauer gesagt nutzt das Unternehmen das klimaschädliche Gas Ammoniak, das beim Vermischen von Gülle und Kot entsteht und treibt damit eine Brennstoffzelle an. Diese wiederum gibt genügend Energie frei, um schwere Maschinen wie den erfolgreich umgerüsteten Traktor einen ganzen Tag lang zu betreiben. Emuji hat ein Modul entwickelt, das auch in anderen schweren Arbeitsmaschinen in Zukunft eingesetzt werden kann. Insgesamt kann das System eine Leistung von 100 Kilowatt realisieren. Der Ammoniaktank fasst 230 Liter. Bei dem umgerüsteten und fortan klimaneutralen John Deere Traktor handelt es sich um ein mittelschweres Gerät. Somit gelingt der umweltneutrale Umbau. Die Arbeitsmaschinen stoßen am Ende kein CO2 mehr aus, reduzieren zudem das sonst in die Umwelt abgegebene Ammoniak. Und zu guter Letzt ist das Betanken mit Ammoniak auch noch sehr billig. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie keine Nachrichten oder Neuigkeiten mehr verpassen wollen. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen.